Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Stasi raus! Mein Vater musste investen, weil ihr ihm alles verbaut habt. Ja, aber das hat mit unserer Familie nichts zu tun. Was Sie hier machen? Das ist Siegerjustiz. Schämst du dich nicht? Nee, wofür? Sieht doch einfach aus. Das ist unser Haus. Ja, weil er es meinem Opa weggenommen hat. Damit haben wir nichts zu tun. Voll die Verschwendung. Was? Dass du so hübsch bist. Hi. Hi. Die Familie will unser Haus. Wir ziehen nicht aus. Und in dem Moment verliebt sich die Tochter in dich. Du denkst, alle sind gegen dich, oder? Alle wollen dir was. Nein, aber das wird man doch erkennen. Alle, die ganze Zeit. Du siehst nur Schwarzweil. Hat der Sohn von den Ossis dich angestiftet, oder? Papa, wir haben hier nichts verloren. Wie bricht man einem Ossi die Lasse? Man packt eine Banane unter den Glastisch. Rüllenhaft. 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 Das ist so romantisch. Ich liebe dich. Das ist so romantisch. Das ist so romantisch. Ich liebe dich. Das ist so romantisch. Untertitelung des ZDF, 2020